Wo ist denn der Rest von uns? So viele Mages hier So, da ist er tot Man braucht bloß nach vorne springen, durch den Zauber durch, dann trifft er einen schon nicht mehr So, die Fahne brauchen wir wieder Das geht nämlich so nicht, die holen nämlich jetzt gerade auf, deswegen Gucken wir mal, was treffe hier Jetzt bin ich tot Langsam wird sogar knapp hier, gefällt mir nicht Haben wir eigentlich die Fahne hier hinten noch? Wahrscheinlich nicht, so wie die hier gerade aufholen Bestimmt haben die unsere Fahne hier und keinen interessiert's Ne, die haben wir Der ganze Beschossene von der Seite natürlich Soll die sich unsere Fahne, hey Okay Das finde ich aber nicht gut hier Oje, oje, falle ich mir doch noch Das sah gerade mal gar nicht so schlecht aus Halt die Fahne zurück Gut Capture, capture, capture guys, come on Ja, capture, capture, du bist mir lustig Capture, capture, du doch So, werde ich mal die Fahne bei denen in ihrem Lager holen Wenn ich daran nicht gestört werde, gehindert werde So, da muss ich nämlich einmal hier rum und hier rum und um mich gelaufen Schön Und da ist das Lager Dann kann ich glaube auch von hier ran Ein bisschen rum rum laufen So, wo ist die Flagge da? Und die ist blau Das geht mir, das finde ich gar nicht gut Die müssen wir uns wieder zurückholen Die muss nämlich rot sein So Da Komm jetzt So, schön Die haben wir jetzt schon aufgeholt hier Die haben sie auch schon wieder Da kommt der nächste schon Sieht nicht gut aus bei uns Sieht nicht gut aus bei uns Ich weiß noch nicht mal was ich Schaden bekomme ehrlich gesagt Krieg einfach Schaden Wir verlieren schon wieder, das regt mich doch wieder auf ey Hatten wir doch mal gewinnen können Mann ey Wie oft muss ich noch PvP machen, bis ich ein Mal gewinne? Ein einziges Mal Ich krieg die Krise Die ist sogar noch rot, wir schaffen es trotzdem nicht So, das war's Find ich nicht gut hier Find ich nicht gut hier Kann ich wenigstens wieder Karten benutzen? Na gut Das PvP hat mal wieder nicht funktioniert Also nicht gewonnen funktioniert das schon So So Na ja, tun wir weiter Miners Problem töten Was muss, das muss Ey Wird nicht rumrandaliert 8 von 15 Na ja Oh, PvP Wird gleich die Fahne vom Gegner jetzt einnehmen Und ja, mal gucken ob mich hier was reißen kann Ob wir endlich mal gewinnen Das wäre so schön Einfach mal Gewinnen So Blue Team Die Gegner wissen schon was sie tun Oh Ich muss ja erst mal hier rausgehen lassen Die sammeln gerade ihre blaue Fahne ein Also ihre Fahne machen sie gerade blau Was ist jetzt los? Hä? Was war das denn? So, geht weg Geht einfach weg Ich bin gar nicht da Ich bin gar nicht da Wir sind jetzt blau oder was? Ach, wir sind jetzt das blaue Team Oh gut, bin ich halt nur eine Runde blau Ah, dankeschön Habe ich gerne gemacht So, damit sie sich gleich mitkriegen, dass ich von dort aus komme Und ihre Fahne eingesammelt habe Weil Das wäre dumm Ich bin froh, dass sie gerade eingenommen ist Und die es vielleicht nicht mitbekommen Kriegt irgendwie total wenig Schaden der Typ Man kriegt überhaupt Schaden Ich krieg keinen Schaden Er kriegt keinen Schaden Niemand kriegt Schaden Kann ich hier nicht angreifen im Spawn Doch jetzt Scheiße Oh, tot Kann ich wahr sein Ich muss hier weg Hier ist ein bisschen viel los Wow, 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 wow Lass mich gehen, lass mich gehen So, erstmal rum hier Hat mich geheilt oder was? So, wie sieht's denn aus? Oh, wir könnten sogar mal gewinnen Aua Wir könnten sogar mal gewinnen Sowieso mal gucken, ob die unsere Fahne eingesammelt haben Denn das macht halt viel aus, wenn man viele Fahnen hat Denkt man am Anfang gar nicht Denkt man, ja gut, die Fahne ist nicht so wichtig Aber doch schon Okay, die ist noch blau Oh, das ist sehr gut Denn ich bin ja gerade im Team Blau Irgendwie gewinnt Team Blau eher Kann das sein? Naja, wer weiß Es wäre echt schön, da hätte ich wahrscheinlich drei Quests mit einem abgeschlossen Dagegen habe ich mal überhaupt nichts Weil hier haben die Gegner echt null Chance 550 zu 28 Könnte besser sein Also für die Gegner So Aber Wegen mir könnte es auch schlecht sein, weil ich will endlich mal gewinnen So, schnell mal kaputt gemacht Auch schnell kaputt gemacht Mit einer aufgeladenen Knarre kann man echt sehr viel Schaden machen Zack Vielleicht schon ein bisschen zu viel Zack Also die aufgeladene Knarre ist mega So Hört ihr noch uns? Ah, sie ist blau Gut, gehen wir wieder, wir haben nichts gesehen Die muss blau sein, das ist einfach so, das ist eure Oh, tot Ah, so ein gezielter Schuss ist schon geil Und kaputt So, was haben wir jetzt? Mal endlich mal einen PvP gewinnen Das ist jetzt das fünfte PvP Das ich mache oder sechste und das erste Mal, dass ich gewinne Und ob ich die anderen PvP mit rein machen will Will ich nicht Ich weiß nicht, ob ich das antun wollte Versuch Ja, aber ich kann es nicht Ja, ich weiß nicht, ob ich es nicht